Also hier haben wir die verrückte kleine Doris, ganz eine süße Mausi ist das, ein junges Hundi. Leider Gottes an die Fotos sind immer etwas gezwungen, weil sie halt an der Leine sind und das kennen sie so nicht. Und da fürchten sie sich immer ein bisschen. Aber es sind ganz fröhliche Hunde, wie man hier sehen kann. Sehr Menschen zugetan. Ihr Spielgefährte ist der Billy. Aber sie leben nicht, sie leben hier nur die zwei Mädels. Das ist, wie gesagt, die Doris, die kleine dreifärbige, hier circa 40 Zentimeter hoch. Und die andere, ja.